Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf Deine Weise. Sie sind jetzt bei Trigema. Wir sind Deutschlands größter Sport- und Freizeithersteller. Und das letzte Unternehmen, das ausschließlich in Deutschland produziert. Wir machen alle Stoffe selber. Wir rüsten sie aus. Färberei, Bleicherei. Wir veredeln mit Druckerei und Stickerei. Und haben die lohnintensive Konfektion. Alles hier in Burladingen. Und garantieren unseren Mitarbeitern auch ihre Arbeitsplätze. Musik Wir haben zusammen mit Frau Wagner Motive entwickelt. Und wir haben ja T-Shirts mit Richard Wagner. Und wir haben Schriftzüge. Und das haben wir speziell gemacht. Und wir lassen uns überraschen, ob das beim Publikum Anklang findet oder nicht. Die Datei ist auch nicht dick. Dann schicke ich die rüber zum Drucker. Das ist ein tolles Familienunternehmen. Die Familie Wagner. Wenn man daran denkt, dass als Urenkel man das Unternehmen weiterführt in der vierten Generation. Und für uns ist es natürlich ein neues Gebiet, dass wir Kultursponsoring machen. Und ich glaube, dass diese Werbung für uns sicherlich sehr positiv sein wird. Und deshalb habe ich auch sehr gerne hier für den 200. Geburtstag von Richard Wagner Ja gesagt. Und dass die Unterstützung gerne gemacht. Musik